Musik Wir haben heute für die Schulen im Landkreis Thürschenwald einen Medientutoren-Ausbildungstag angeboten. Und es haben tatsächlich zehn Schulen daran teilgenommen mit insgesamt 28 Schülern aus den achten Klassen. Die wiederum werden dann mit diesen drei Modulen, die wir Ihnen heute beigebracht haben, in die fünften Klassen gehen und den Fünftklässlern diese drei Module näher bringen. Ja, wir haben halt drei Module durchgeführt. Always on, da geht es so ein bisschen um Privatsphäre und allgemeine Medienkompetenz. Dann das zweite war dann Klassenchat. Also worauf muss ich achten, eben wenn ich in einem Chat bin, damit der gut funktioniert und damit es nicht ausartet. Und das dritte Thema war dann Anti-Cyber-Mobbing. Da haben wir unser Du-Kannst-Es-Stoppen-Projekt vorgestellt und haben dann Anti-Cyber-Mobbing-Training durchgeführt. Musik Die Medientutoren, die wir jetzt ausgebildet haben, sind quasi jetzt dann auch für die Fünftklässler, für das ganze Schuljahr eben auch die Ansprechpartner, wenn es um das Thema rund um Medien geht. Ja, der große Vorteil ist halt einfach, dass man, wenn das Jugendliche einem erzählen, das viel eher annehmen kann, wie wenn es einen Erwachsenen, einen Lehrer oder die Eltern einem erzählen. Die haben halt da viel mehr Erfahrung und sind viel näher dran an einem. Musik 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 Musik